haben wir nicht nur dass die gerne falsch die große Stadt wir haben ja noch mehr wir haben sich nur verarscht über er gesagt ich das kam aber unnötig ich glaube ich muss ja mal Schluss machen vielleicht noch mit zwei Parts los oder so wir haben die Wiese was noch ein bisschen was ist was zu fratzen nein leider nicht ich bräuchte auch was zu fratzen die Baller Prozent diesen Kisten ein weißes Leben großen Stattdaten was zu färzen wir haben alle und das ist ein dauernd große Stadt und das ist heftige Stadt und ich glaube man hat sie um eben auch schon ein bisschen gesehen man sieht jetzt auch ein bisschen mehr also sie ist ehrlich gesagt also wenn man ansiedelt erzielt wo viele Knechte drauf sind dann ist es klar dass die Stadt viel viel größer ist wir auch keine Sucht die sich mit zum ab und an mal der wenn wir da machen Tintel wenn der mal reinkommt der kann nur ein Problem was heißt das das ist aber auch heftig sexuelle Regen und der ein Versteckene Eingang mhm von Bonnet natürlich auch nicht vor allem weil die Monster den natürlich nicht sind wir fangen mal an und sonst waren Punkt an der Bühne die man in Brücke den Bühne wir sind mit dem Fenster auf die Kiste und man immer auf dem da ist ein kleines Bänkchen hier noch mal da auch noch ein kleines Bänkchen hier sind Bäume hier unsere Bibliothek erwartet Stadtbibliothek erbaut von ja hat's mal ooooh Alter wenn du was zu essen raus geh in sein Haus ey ein Aksetzhaus hier waren eigentlich auch mal NPCs drunter die sind aber weg weil wir die Plugins auch nicht mehr bauen können das ist nicht so gut jetzt ein Bild egal wo hängt ein Bild in der Stadt Bibliothek das hier ist unser gemischt waren Händler die wollen auch mein PC denn dann kommt auch geil alter verpiss dich mal entweder so selbst oder nervt mich schon gefunden das ist arg sieht aus da ist in der Kiste was ist zu essen ja wir wollen jetzt in die Mann er will er mit Schuhe zu mir leid bitte nicht schlagen denn liebes Haus ja sieht man denn liebes hat die Bude in die Mann entkommen sich als er einen Ort schauen ja denn es denn es nein aber als du nicht so unschuldig du hast in meine Mine reingegraben das habe ich auch ganz genau gesehen ganz genau man habe ich in deine Mine reingegraben weil die Fresse ja doch nein doch nein halt die Fresse hier ist unser Diamantenhändler und du bist so dumm Dennis das war ich hasse es das ist doch die Scherb meine Höhle aus reingebaut er hat die Riemann abgefackelt Hühle wie kannst du eine Höhle abfackeln ich habe nicht von meiner Höhle gesprochen jetzt ist er ein der Neues World Trade Center da ist unser Kino kann man sogar auch lesen so ein bisschen ein bisschen Dreck in Berlin den Dennis World Trade Center da oben das Bettel Ding nicht zu vergessen kann man auch gleich runter jumpen wie ich es machen werde wenn ich gleich oben drauf ja sehr schlau ja hier hat man einen schönen Ausblick ne nicht da oben ist noch so eine Battle Plattform da haben wir mal zu Kämpfe gemacht zu Gladiatorenkämpfe war ganz lustig und leider sind wir immer gestorben das klauen da hat sie es gerade gesehen, das war so ein Water Jump das ist damit man nicht immer die ganze Untersteuerung ziehen muss das ist Lennarts Haus aber ich glaube wir müssen natürlich nicht viel sagen oder das ist auch dunkel und alles das ist noch nicht wirklich fertiggestellt das ist meine heftige Villa Kevin's Mega heftige Bombe Villa was hast du der Name allein ich denkst du denkst du es ausguckt auf das Schild ja Kevin's Mega heftige Bombe vielleicht guckt drauf oh hier mal das obere Geschoss mit deinem Pilz und hier war mein Bett hier stand ein Bett das weiß ich hier stand ein Bett Dennis wie kannst du das erklären weil er sagt nein das ist sonst wäre das Holz hier nicht mit dem Mann ist ein Fleischklau und das Fleisch auch bist du behindert? bist du behindert? ja bist du behindert? du hast dein Fleisch nicht geplant bist du behindert? was? hat man den Muffen mh mh da mach ich mal Dings daraus pisst ich ach seit diesen neuen Updates ne Leute da wisst ihr bei uns da wüsste Bescheid ne da wüsste ja hab ich mir so gedacht schon und ich werde ein Schwein reiten jetzt nur um euch zu beeindrucken n achja ich kann euch eigentlich auch ne das ist unnötig meine Höhle aber die ist ja ein bisschen uninteressant Schweine reiten ah Drecksmonster ich müsste dazu arbeiten und schwein haben da ist ein Zombie da ist ein Zombie und das da stattgefunden gespawnt gespawnt da ist auch ein Skelett und ein Dennler hat er auch Loll Scheiße ah verfickte ah lol das hab ich auch noch nie gesehen ein Zombie und ein Skelett bekämpfen sich komm rein und dann so eine Chiller-Budo meine Chiller ich will hier nochmal runterspringen das bock doch ich geh mal eben nach oben das können wir auch glaube ich für einen AP-Trailer benutzen hier so ein bisschen weißt du ja das runterjump ne aber das nicht so hoch chill mal hier oben ne und gib mal in das ist jetzt uninteressant ich glaube wir haben euch auch alles schon gezeigt haut rein Leute ne ich bin das jetzt